Wo geht man so hin? Weiß ich doch nicht, Digga. Wie die Leute fragen, was ist Meta? Wollen wir hier in die Felder einfach? Switch war leer heute und jetzt jeder online, das ist so. War so schön, als leer war Digga, also gut. Domi hat einfach sein Kochen abgebrochen. Was sagst du? Domi hat einfach sein Kochen abgebrochen. Hat der echt? Der Ding ist bei ihm, habe ich gesehen. Hadi. Unter mir. Ich bin einfach im Benzinkanister dabei. Bin ich geübt oder was? Nein, nein, aber du bist gar nicht bei uns. Du bist ein bisschen weit weg. Aha. Wieso geht ihr nicht dahin, wo ihr pingt? Hä? Du warst der Einzige, der da gepinkt hat. Wir haben hier drüben gepinkt. Bei mir war's da gepinkt von Anfang an. Nee, bei uns nicht, Digga. Okay. Null. Hä? Nice. Ich hau mal Muni-Kiste raus, Jungs. Ja, was ist das für eine Waffe? Wo sind die denn? Hier war nur einer. Du hast Kiste identifiziert. Position wird markiert. Okay, Heli kommt. Die schießen hier aber noch. Vor uns. Im Haus. Ja, ja, die rennen hoch in die Halle. Oh, was ist denn das? Ja, hab ihnen noch einen Hit mitgegeben. Also auf die Range mit der Waffe geht ja gar nicht. Die ist drei Schuss, die Waffe hier. Hinter mir. Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Ja, ich kann mit der Waffe nicht viel machen. Ja, zwei, Savage. Ja, ich kann nichts machen, Bro. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab die Waffe nicht, Digga. Hinter mir. Ja, was ist das für eine Scheißwaffe? Die hat ja mehr Rückschuss als alles andere. Was ist das denn für ein Buller? Was ist das denn? Wollte ich mal nicht holen. Ja, es rennen die aus rechts. Rechts, 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 rechts. Nice. Okay. Ich finde es schön, dass man wieder alle Steps hört. Von allen nur nicht auf. Ja, ja. Das stimmt. Was ist das? Ja, man kommt mit den Waffen raus. Ja, das stimmt. Ich hab grad... Mach dich bereit, du zurück. Er ist Mitte, Mitte, Mitte. Immer noch Mitte. Geht links, 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 Brunner. Du musst runter und wir fliegern. Oh, 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 oh. So schnell dreh ich mich nicht. Wir rennen an diesen Kampf und du kommst zurück an die Front. Doch, wenn wir nicht, war's das. Es ist Zeit, Soldaten. Mach sie fertig. Und uns zu scheinern. Ich hier nehm... Kann ich bei euch landen? Kein Lochblatt. Nein, ich hab platten. Nein, ich hab platten. Ich hab platten. Aber ich nicht. Einer landet bei uns. Er ist über mir gelandet, Jungs. Ich bin tot. Ah, ich hab platten. Ja Digga. Hörst du schlecht? Ja. Ich steck. Ich bin gewidmet. Ich habe einfach gesnipt von links. Wir sind vier, ja. Das ist so laut. Die Dings sind zurück. Die Waffenbugs. Guck, Stream. Ich bin schrollflindig. Jetzt geht's rund. Einmal mit Profis arbeiten Digga. Was für Bug? Der Waffenbug. Das ist die Waffe wieder die so pixelbreiig ist, komplett. Mit jeder Schublad? Oder Porsche? Ihr getrostet kämpfen sie ganz wirkt. Ich käme ja zum Schub gehen und Konauer. Oh, ist einfach mich? Ja. Ohne, ja. Ziel gesichtet. Ich bin ganz halt so verwirrt. Oh, ich bin nicht mehr raus hier. Sorry. Was ist jetzt? Was ist denn das? Drehst du die oder was? Ja, meine Bedrohung geht hoch. Ja. Ich hab auch keine Ahnung, wo ich hin muss. Natürlich, ich hab auch keinen Ton. Ohne kostet 6000. Schatz. Ja, wie in dem Dingsmodus. Nee, Holzen. Komm zu mir, komm zu mir. Ist der Sniper, oder? Nee, das ganze Team war. Auch da oben? Ganzes Team, oder was? Hin und hin und wir Richtung Schub da. In die Richtung von dem Team. In meinen Kopf gehabt. Hier sind noch Platten. Juri bei uns? Krone runtergesprungen. Gön nochmal! Gön nochmal! Gön nochmal! Maja! Ja! Dankeschön für drei Gifted Subs, das dicke Liebe. Lars, vielen Dank, mein Freund. Wirklich vielen lieben Dank für Dein Super Torino. Danke, Bro. War ich sehr zu schätzen, Mann. Vielen Dank, Mann. Sehr gut. Wollen wir zum Lodi hin, oder was? Ja, ja, ja. Alle guten Dinge sind drei. Blenden welche, blenden welche. Ja, von Links kommen wir für da. Ich habe unser Ziel markiert. Ja, die haben auch Lodi dann, ne? Ja, ja, die sind hier, hier. Genau beim Auto ist einer. Mal weiter hinten noch. Wollen wir trotzdem Dings probieren? Ja, versucht. Ich reload ihn, dann komme ich helfen. Nice, Bro. Aber sind das die, die dich handen? Nee, nee. Doch nicht, ne? Hier ist noch einer. Es sind noch drei jetzt da. Wollen wir die klappen? Oder hier? Richtig. Einer ist unten drin. Der schnockt da unten drin. Es sind zwei Teams. Nein, einer hat nicht gesehen, shit. Oh. Einen Schildbreak drin. Ab ihn. Wir sind noch Westen drin. Ja. Nice, Jungs. Wurde aber von noch woanders gesnackt. Ja, links kommt, close, oder? Stausend, Produkts, Tessi. Äh, One Shot. Knock. Noch welche, noch welche, weiter hinten, Richtung Shop. Richtung Shop. Im Shop, direkt im Shop. Einer, zwei, wie viele? Einer hab ich gesehen, müssen ja wohl mehr sein. Die Schüsse werden sich knackig an dabei, gell. Die Schüsse werden sich knackig an dabei, gell. I'll break you. Ist ja eben ein Haus da? Ja. Neben der Hotlink. Nice, Jungs. Alter, wie viel Cash ich habe, holy shit. Oh, ne, man sieht nicht mehr, wo man drauf ist, richtig. Beim Shop, seht ihr das? Also, was man auswählt. Hier unten einer. Ja. Ja, weak. Ja, und links von uns. Ein Sniper. Ein Sniper, ne? Ja, irgendwo links von uns. Oh, die greift, Lodi. Moment. Ah, ich will den haben, Digga. Der geht mir auf den Senkel, der Typ. Ich schmeiß dir. Ja, das ist, glaub ich, er ist, glaub ich, lost. Shield Break, Shield Break. Ja. Er hat eine goldene Maske gehabt. Und, Daddy? Ey, wollen wir mal? Für, 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 einfach nur aus Jux. Für einen Flex wahrscheinlich. Das mal mitnehmen. Ich würd gern mal wissen, was das ist. Ja, nimm's nochmal. Mhm. Nicht, dass ihr jetzt wegrennt oder so, und dann fight her. Meist gesucht am besten. Ist das jetzt einfach irgendeins, oder? Ja, es ist random. Ach so. Als, da stand irgendwas. Ich hätt's mir durchlesen sollen. Oh, das ist okay. Ich glaub, wenn wir die abschließen, kriegen wir eine Drohne for free oder so. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube schon. Ich hol mir mal selbst. Und auch eine Drohne. Ja, ich hau mal meine raus und hol noch eine Drohne. Ja, die capen hier hinten halt. Oder soll ich einen Prezi mitnehmen, falls die da campen? Ich glaub, ich nehme einen Prezi mit, Jungs. Ich hab eine Drohne dabei. Ich auch, ich hab auch noch eine. Ja. Ähm. Corona kommt... Ah, ne. Holzi, gib mir mal dein Cash. Ich hol noch einen Lodi. Können wir echt gleich tun. Komm her. Alles drauf. Geht doch nicht, weil wir... Ach, schon eine Klasse. Wenn du davon hast. Ja, aber jetzt mal begeistert, kannst du trotzdem nehmen. Ach stimmt. Ich hab aber keine Wengert-Klasse. Ja, probier's einfach mal aus. Ja, ist ja egal. Ist ja jetzt eh nur zum... zum Probieren, so. Ja, gerade... Gerade ist Drohne, geh. Okay. Haben wir bekommen, ne? Ja. Ja, es geht. Kommt einfach eine Random-Waffe raus. Ah ja, hast du recht, ja. Nice. Okay, die anderen sind hier vorgemooft. Sind hier auf dem Dach vor mir. Definitiv feindlich. Jetzt hab ich aber ne dumme Granate. Jetzt hab ich aber ne dumme Granate. Das ist falsch. Ich hab wohl ne Granate. Soll ich ein Prezi drauf mal, einer? Geh mal, geh mal hier hoch, Holzi. Komm her. Geh mal hoch, ich mach Prezi gleich drauf. Ich hab einen Lodi geholt beim Shop oben, ne? Warte, ich mach Prezi drauf. Geh hoch, geh hoch, Holzi. Geh hoch, geh hoch. Da oben auf dem Dach. Naja, deswegen. 2-3 Heaps. Okay, ich komm mit hoch. Nice. Geh raus. Sehr schön. Oben. Sehr schön, Holzi. Ist da noch einer? Oben, ja. Nein, er hat mich. Hab ihn noch. So low gewesen. Ich bin finished. Ich kaufe dich wieder, alles gut. Richtig und richtig, Holzi. Weiß gesucht. Ja, klar. Zur Probe, oder? Hast du angenommen? Ach, Holzi. Suft, Digga. Ach, Mann. Ja. Ihr könnt jetzt richtig reingehen. Ich bekämpfe mich hier. Hab dich for free wieder gekauft. Ja, ja. Geh schnell runter und hol dir Save-Riss noch. Und dann kannst du deine Waffen haben. Boah, der schockt. Boah, der schockt. Boah, der schockt. Boah, der schockt. Alter, aber das geht mich so jetzt schon auf die Ecke. Das ist so verfickt laut, ne? Hä, und das hört sich an, als ob die auf uns schießen. Ja, der ist auch auf uns gegangen. Links von uns? Hier irgendwo close? Hey, Digga, es hört sich an, als ob er genau hier stehen würde. Das hat sich so angehört, ich liebe nicht. Ja, da drin, da drin. Einer, ne? Ja. Oh nein. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone wird markiert. Der Schussverkauf wird beendet. Alle Preise wieder normal. Also ich schwöre, ich hab da was laufen sehen. Glaub ich dir, Bro. Oh, die Platten, Mo. Ich hab, ich hab. Sorry. Keinen Plan, Digga. Wirklich nicht. Keine Ahnung. Aber ich kann euch sagen, PPSH ist eine super Waffe für, äh, Warsen jetzt schon. Also, wir haben die Platten, Mo. Und wenn nur Vanguard Waffen sind, die super gut im Close Plumbit. Und die hat wirklich super... Die Wunde gibt's auch gleich, geil. Und die hat gar kein bis super wenig Reco. Also nicht genauso wie in Dingens, Digga. Real Talk jetzt. Und der SDG auch. Hinten uns kommt noch ein Team. Von einem anderen Shop. Von hier. Ja, ja. Das sind die, die den Preiser aufgebaut haben. Wenn du auch einen Most Wanted annimmst, Digga. Stöbern wir sie auf. Da holst du die Willen, Willen. Ja, er will Nervenkitzel, Digga. Nervenkitzel. Oh, ist rechts. Oh, ist rechts. Oh, ist rechts. Ja, links. Hier, irgendwo rechts, muss er sein. Lohnsinn, gehört ich das an. Ja, es hört sich über close an. Ich sehe hier wieder gar nichts. Hier ist kein Mensch. Vor uns wahrscheinlich. Doch, doch, vor uns. Hä? Ich glaube, die Sound Engine ist einfach bugged noch. Das hört sich an, als ob der hier gestanden hat eben. Ja, komm. Der für mich ist so ein Flieger, richtiger Bruchpilot. Digga, ich werde hier nie im Leben in den Flieger steigen, Digga. Ich hab das gesehen im Video und ich lass es einfach lieber. Ich hab eben Brot geschmeckt. Sorry, die Mühe. Nice Holze, Digga. Jetzt sind wir noch reicher. Schmeckt. Ich krieg die 30K an, Digga. Was sind das hier? Kopfgeldauftrag hier. Ach, Kopfgeld. Ja. Ich hab das Video, du fühlst okay, Mann. Ja. Das mit den Waffen müssen die sofort patchen, bitte. Das ist nicht normal passiert. Oh, jetzt geht das wieder los. Hallo, mein Schatz. Saugen auf dem Berg. Ich hab auch das hier markiert. Junge. Dankeschön. Ähm, Jungs. Ja. Wir haben, ganz kurz, wir haben hier ein Bounty. Wenn wir das geschafft haben, kriegen wir alle 8K und eine verbesserte Drohne. Also wenn wir es schaffen würden, kriegen wir eine verbesserte Drohne for free. Cool eigentlich, oder? Ich fahre das. Okay. Scheiß Idee gewesen. Was denn? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Auf Benzinfeld. Äh, Benzin kann ich schossen. Smart. Wird für Lifehack ist im Real Life auch kacke. Nee, mach lieber nicht, Digga. Ich glaub, da kannst du keine Platten mehr geben. Okay, wir auffüllen. Okay. Lass mal ein bisschen mehr in die Zone. Die müssen ja eh wieder spufen. Wir haben ja keine Rufe. Ey, Digga. Also, die Krezis facken ja dieses andere ab, Alter. Okay, wir werden jetzt schon auf die... Ja, hier hochziehen, oder was? Ich weiß, komm. Ich seh halt noch keinen. Feindliche Drohne ist aktiv. Wir haben alle Geist. Das ist nice. Ja, gut. Nee, ich nicht. Ja gut, vielleicht bist du auch... Dann bist du der Bait halt. Ist auch okay. Ich seh einen. Ja, die sind noch nicht. Aua. Einer Shieldbrake. Noch einer One-Shot. Einer ist close bei mir. Auf mich. Ja, ich muss kurz runter. Nice. Er ist hier. Kommt der zu dir, oder? Nee, er war da. Er ist noch da oben. Er hat safe gehabt. Ja, jetzt haben wir Verbesserter direkt. Nice. Aber wir haben sogar alle überlebt. Let's go. Ich dachte, der Dings ist gestorben. Volls. Alter, wie Typ 100. Alter Schwede. Digga, es macht schon Spaß. Ich lüge nicht, Digga. Jetzt haben wir einfach eine Verbesserter von Free of Nacken bekommen. Geil. Rechts kommt ein Team. Ja. Die hab ich auch gemacht. Kann ich vielleicht abfangen. Oh, es ist weitläufig hier. Nee, das ist scheiße. Ja, ich seh die. Ich seh die schon. Ist ziemlich open hier, ne? Ja, er ist übelst open, Digga. No way. Der eine aeimt uns ab. Seid vorsichtig. Der eine aeimt uns schon hin. Nee, der ist weggegangen wieder. Okay, nice. Na komm, ihr wollt doch zum Lode, Jungs, oder? Bisschen Geist holen, oder was? Die sind schon unten. Okay. Ja, die gehen echt zum Lode. Der eine ist aber noch oben. Der ist One-Shot. Oh Gott. Ein Knock. Unter mir noch, genau unter mir. Hinter mir. Irgendwo hinter mir noch. Hilfe, 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 Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Unter mir, hinter mir. Genau unter dem Berg hier. Genau unter dem Berg. Hier etwa. Ja, vor mir, vor mir. Ab ihn noch. Oh, der will mich jetzt. Er ist oben, oben auf dem Berg. Oben auf dem Berg. Hard hit den Marker. Ja, nice. Sheet break. One-Shot. Team wipe. Oh, ich geh viel Holz hier noch. Hab ich das? Ja, Markus. Ja, die goldene Maske. Ne, hab ich nicht. Schaffe ich das auch so? Ne, schaffe ich nicht, glaube ich. Entschuldige Holz. Kona, einen Platten? Nur noch. Keine mehr. Ja, ich kann die Welt geben. Unter drei, am Ding liegt safe noch was. Beim Lodi ist eine gestolten. Hier unten war einer. Ja, da unten. Die sind auch weitere. Ja. Und eine ist wieder gekauft worden. Links von mir irgendwo. Aber das war Kona, glaube ich. Ja. Hier, Kona, komm mal her. Komm mal her, komm mal her. Hab ich ganz vergessen, entschuldige. Ich hab Muni, äh, Plattenkisten. Und sich immer diese Panzerung. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone wird markiert. Ich weiß nicht, ich glaube, STG ist es nicht so krass in dem Modus. Ich weiß es nicht. Oh, ich hab jetzt gefühlt schon, oder? Oh, sehr gerne, ja. Oh, das ist big. Sehr, sehr gerne, ja. Die sind zwei. Ich hab das Ziel im Visier. Shield break der eine. Ja, gesehen. Hab ihn noch. Das ist one bullet. Alle auf deinen hoch. Hit break. Versuch ein bisschen zu bleiben. Ist der im Haus, Bro? Ja, der im Haus, den oben drinnen. Verstessen. Ich hab Angst, dass von oben noch was kommt. Wer ist deine Splittergranate? Ich dürfte eigentlich nicht. Drei Teams, wenn es da unten zwei Teams sind. Drei Leute, ein Duo und ein Solo. Ein Solo. Der eine ist auf jeden Fall in dem Haus, ne? Ja, ja. Das Solo und das Duo ist da hinten, glaube ich immer noch. Ich glaube, er kommt da nicht anders raus. Er muss aus der Tür, oder? Ich kenn das Gebäude ja nicht. Er ist da hinten wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Weil die Fenster sind hier. Da muss er ja move, da muss er move. Die Fenster sind hier jetzt. Ich sehe ihn. Du siehst ihn? Ja. Das Fenster. Hinter uns. Über euch. Oh nein. Von unten. Jetzt hab ich ein Problem. Chill Break. Absolut. Kommt der? Er muss runter. Ja. Hab ihn. TeamWipe. Chill. Beide da drin. Beide im Haus. Beide im Haus. Beide im Haus. Einer ist rausgesprungen. Weak. Hilf mir. Hilf mir. Hilf mir. Oh nein. Das müssen wir gewonnen haben, Digga. Das geht nicht anders. Der letzte. Der letzte ist oben drinnen noch. Ja! Let's go, Digga. GG's. GG. GG. Meine zweite Runde erst versiegt. Let's go. Rasmus. Free Upload. Ach, der ist ja gar nicht mehr da. Ach, scheiße. Digga, die Runde hat maximal Spaß gemacht. Ich lüge nicht. Aber ich muss mir jetzt noch Klassen machen. Ich auch. Dringend. Dringend. Geil, Digga. Geil. Geil. Holz ist so ein Feini, Digga. Das ist eine ganz hässliche Frau. Der kommt mich an hier. So eine Puppe. Eine kleine Puppe. Eine kleine Puppe. Ein Püppchen. Ja, wie geil ist das denn bitte? Was denn? Mit dem Boot und dann. Ich fand's geil, dass wir dieses Kopfgeld hatten und dann direkt eine verbesserte Drohne. Voll geil, Digga. Ja, Mann. GG, Guys. GG, Guys. Man, GG, Guys. Easy, Easy.